Herzlich Willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte Kurz und Einfach Erklärt. Heute geht es um das Kapitel, das Gebiet des heutigen Österreich im Frühmittelalter im Zusammenhang mit dem Thema Mittelalter. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspulen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Das Gebiet des heutigen Österreich im Frühmittelalter. Noch während und nach der sogenannten Völkerwanderung, also im 4. bis 6. Jahrhundert, gründeten germanische und slavische Völker in Europa zahlreiche neue Reiche. Im 6. Jahrhundert waren das Oströmische, also das Byzantinische Reich, die West- und Ostgoten, die Sueben, die Vandalen, Angeln, Sachsen, Langobaden und die Franken besonders mächtig. Nach der Völkerwanderung hatte sich im Gebiet des heutigen Österreich ab dem 6. Jahrhundert alle Mannen bei Jovan, also die Bayern, Erwan und Slaben als Siedler niedergelassen. Die Slaben und Erwan siedelten im Osten und Südosten von Österreich, die alle Mannen im Vorarlberg und westlichen Tirol. Die Bayerwan, also die Bayern, lebten unter anderem in Oberösterreich, Salzburg, Niederösterreich, Wien, Burgenland, Tirol, Kärnten und der Steiermark. Bis zum heutigen Tag sind in der deutschen Sprache neben den alemannischen im westlichsten Teil Österreichs vor allem die bayerischen Dialekte im Mitteleuropa wie unter anderem auch im heutigen Österreich weit verbreitet. Die Reiche der germanischen Stämme, wie jenes der Bayern, wurden üblicherweise von Königen oder Herzogen regiert. In den meisten Reichen konnten sich einzelne adelige Familien durchsetzen, die bestimmen konnten, wer der jeweilige Herrscher, also der Herzog oder König, wurde. Man spricht hier von Herrscherfamilien. Die meisten Herrscherfamilien versuchten ihre eigenen Gebiete auf Kosten anderer zu erweitern. Im 8. Jahrhundert wurden große Teile des heutigen Österreichs von bayerischen Herzögen regiert. Bayerische Herzöge wie z.B. Tassel oder Dritte hinterließen z.B. durch die Klostergründung von Kramsmünster im heutigen Oberösterreich im Jahre 777 und den dort noch heute erhaltenen sogenannten Tasselokel-Spuren. In der 2. Hälfte des 8. Jahrhunderts, im Jahr 788, wurde das bayerische Herzogtum schließlich vom fränkischen Herrscher Karl den Großen erobert. Große Teile des Gebiets des heutigen Österreich gehörten zwar weiter zum bayerischen Herzogtum, aber dieses war jetzt Teil eines fränkischen Reiches geworden. Das fränkische Reich Reich sollte bis zu seiner Teilung ins 9. Jahrhundert bestehen bleiben. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema das Reich der Franken.